Ungeschminkt, wir haben es gerne bei Take 1. So, gut. Hi Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin gerade bei dem Videodreh von Baby Young Care hier. Baby Young Care ist auch eine Beauty-Marke und die haben halt auch einen YouTube-Kanal und die wollten mich halt interviewen und ich bin jetzt hier. Ich rede so leise, weil gerade noch ein anderer Dreh stattfindet und zwar von einem anderen YouTuber. Die haben nämlich jeden Tag, glaube ich, drei YouTuber, die sie interviewen und da machen sie halt immer ein Video von. Ich bin auch schon voll aufgeregt und war auch schon in der Maske. Ich habe hier sowas geflocken bekommen, dann ein paar Locken mit dem Lockenstab und wurde halt geschminkt. Und ich habe meine Jeans-Reithose angezogen, denn das Thema ist natürlich Pferde. Also mach deinen Traum wahr, das ist bei mir. Weil ich habe mir ja immer ein eigenes Pferd gewünscht und das kann ich ja jetzt umsetzen. Das ist ja jetzt wahr geworden. Deswegen cooles Thema auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also hier muss ich mich gleich abschminken, weil ich mich ja vorhin geschminkt habe. Also so neutral halt. Alles weg. Alles weg. Musik Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Ungeschminkt und auch heute haben wir einen lieben Gast, das war die Mia vom Kanal Mia's Pferde Welt. Du kannst ja mal darüber reden, worüber du diese Videos machst und mehr du bist ein Film. Ja, also hi, ich bin Mia, ich bin seit Jahre alt und eben. Das war's. Und hier ist einmal Kisu und Yara. Du hast eine richtig coole Sache erzählt. Ja, das finde ich toll. Du meinst ja super viel Sachen. Ja, finde ich auch. Jetzt möchte ich auch wieder reiten. Ja, ich kann mich ja mal besuchen kommen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.